Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleichen, dem Herrn sofort nebendran. Ja, heute wieder Daily Shop Video. Gucken wir mal ganz kurz rein, was die Sache ist. Jetzt gibt es das Mythic Teddy Pack und da können wir auch mal ganz kurz nachschauen. Action Delivery Force, Butter Toffees, Stop Hitting Yourself, Hank Ill. Ja, ist nicht schlecht, aber gut, was willst du machen? Da haben wir einen Teddy drin. Da würde man 10 bis 15 Mythic Fragments für bekommen. So, dann gehen wir mal rüber in die Combo Mastery. Und hier sind ein paar richtig geile Sachen am Start. Das ist einmal der Suha Surfbender und das Ding ist richtig nice. Also nicht nur, dass er eben die Mauer hat, um sich zu schützen. Klar, dann hat er den Support nach rechts und links und hat Gas. Und gerade die Gasattacke, ich liebe die. Und davon hat er relativ viel. Also über 20 Schaden jede Runde, selbst wenn die Karte weg ist. Das ist schon ziemlich mega cool. Aber 500 Gems dafür, wow. Ne, ihr seht gerade, ich habe auch 541 Gems, gebe ich jetzt nicht dafür aus. Auch wenn ich den gerne spiele. DJ Klaus ist die nächste Combo, die wir uns anschauen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt eine Klaus-Kombo. Genau, ist halt eine Klaus-Kombo. Absolut schwachsinnig. Guck dir das mal an. 548, 348. Ja, da hat er dann plötzlich eine Mauer. Ein bisschen, ein kleines Mäuerchen. Ein kleines, klitzekleines Mäuerchen hat er dann. So schwach diese Klaus. Ja, ihr recht, Klaus ist schwach und doof. So, dann gehen wir in die nächste. Ne, ich auch nicht. So, dann gehen wir in die nächste Combo rein. Jetzt für 1000 Steine. Da haben wir den Exploding Food Truck. Und zeige ich mal her. Ich weiß ja, wann ich das Ding das letzte Mal gesehen habe. Ich auch nicht. Das ist einfach nur eine Bombenachricht. Also nur eine Bombe. Mehr kann das Ding nicht. Also dafür braucht man keine 1000 Rücken auszugeben. Aber jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Die Legendäre, die Sensationelle, die Außergewöhnliche, die Göttliche, die... Boah, Cloverella! Ich... Was hat das Ding schon an Schaden verursacht, ja? Cloverella, ich möchte nicht wissen, wenn man die jetzt hier in Mythic hat, mit einer Leji. So, wie viel hat sie dann? 14 berauscht. Sowieso schon 26 Angriff, 57 Leben. Da bist du am Anfang schon bei fast 40 Angriff. Genau, 40 Angriff. Und dann ballert das Ding richtig rein. Also... Ja, die ist geil. Wenn ich jetzt die 1000 Rücken dafür hätte, würde ich mir die Combo Mastery dafür holen. Ja, aber leider habe ich sie nicht mehr, schon für zu viele andere Kombos auszugeben. Und naja, was willst du machen? Also wer halt eine... Ich kaufe sie mir. Wer halt eine Lila hat und... Ich hab's dann müffig und kann zumindest wegen kaufen. Macht auf jeden Fall Sinn. Also dann, haut rein, habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Gebt ein Like, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, Leute. Und... Ja, schau jetzt nächstes Mal wieder ein, wenn's wieder heißt, in der Mission Throwdown. Mit uns, dem Herrn Sofort und mir, dem Herrn Gleich. Bis dann und Tschüss.